A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Dies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Dies, denn dein Herr ist allgütig. Der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Doch nein, der Mensch übt Gewalttätigkeit, weil er sich im Reichtum sieht. Wahrlich, zu deinem Herrn ist die Heimkehr. Hast du den gesehen, der da verwehrt, unserem Diener, dass er betet? Hast du gesehen, ob er auf dem rechten Weg ist oder zur Gerechtigkeit auffordert? Hast du den gesehen, der ungläubig ist und sich abwendet? Weiß er nicht, dass Allah ihn sieht? Doch nein, wenn er nicht davon ablässt, werden wir ihn gewiss ergreifen bei der Stirnlocke, der lügenden, sündigen Stirnlocke. So möge er denn seine Mitverschworenen anrufen. Wir werden die Höllenwächter herbeirufen. Doch nein, gehorche ihm nicht und wirf dich in Anbetung nieder und nahe dich Allah. Doch nein, gehorche ihm nicht und wirf dich in Anbetung nieder. Vielen Dank.